Was passiert diesen Sommer beim FC Augsburg? Der FCA greift dieses Jahr wieder an, mit einem neuen Trainer und ein paar alten Gesichtern weniger. Fynn Bogason, Gregoric und Mowarek haben die Augsburger festverlassen. Stanic und Chiver wurden ausgeliehen und Sikiris Leier hat nicht zu einer festen Verpflichtung geführt. Trotz loser Gerüchte um Mudokai und Malone muss man in Augsburg wohl keine weiteren Abgänge befürchten. Und bevor wir zu den Zugängen des FCA kommen, kannst du uns deinen Wunschverein für diese Woche wie immer in die Kommentare schreiben und abonnier auch gerne unseren Kanal, um deinen Wunsch ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Ein paar starke Deals konnte man in Augsburg bereits präsentieren. Arne Meier konnte das gezeigte Vertrauen in ihn im Pokal mit einem Tor bereits zurückzahlen. Aber auch die weiteren Neuzugänge Demirovic, Rex Becay und Bauer standen beim 4-0 Erfolg direkt in der Startelf. Ein weiterer Stürmer könnte in Form von Toni Martinez noch folgen, während darüber hinaus wohl die Augen weiterhin offen gehalten werden für weitere Verstärkungen.